einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt wir wollen ja mal wieder ein indie spiel anzocken cotton reboot und wurde mir vom entwickler zur verfügung gestellt für das video und das müssen ja auch mal kleinere spiele gezeigt werden bringt ja lust wenn man nur trippel titel zeigt und für den ein oder anderen ist das vielleicht doch ganz interessant ich habe auch schon den ton eingestellt damit es hier nicht gleich unter die ohren zu macht wir testen jetzt erstmal den arkade modus die 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 hoch und runter so wie er kein so wie er kein Reservator Achtung! Da war ich sofort eigentlich Das war's für heute. Okay. Das war's für mich. Das war's für heute. 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 naja dann versuchen diese sechs tausend 6.000 68.000 68.000 ach ich habe jetzt hier nur 8.000 4.000 schritte ab 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 Das war's für heute. Das bedeutet, es ist nah mal hier, oder? Ja... Wir kriegen jetzt hier nicht so viel Super-Attacken. Wir haben ein paar Kräfte in den Karten. Ich werde das in den Karten. In der Karten ist das in den Karten. Also, die Karten müssen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, kommt noch. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Das war's für heute. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Ich weiß nicht, dass ich hier nicht mehr verletzen kann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020